Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Notruf Hamburg, aber dieses Mal mit meinem Freund Julian. Ihr habt mich ja nie gehört im Hintergrund, hoffe ich. Wenn nicht, kann ich mein Handy näher tun oder lauter machen, wartet's. Und ja, heute sind wir mal im Team der Feuerwehr unterwegs, beziehungsweise des Rettungsdienstes. Und ja, dann, komm, wir gehen. Oh mein Gott. Die können einfach nicht, egal. Wie geht's dir heute so? Gut, wie dir? Auch gut, ich bin nur ein bisschen müde. Gehen wir Notruf oder Rettungsdienst? Ich gehe auf jeden Fall wieder Notruf oder Rettungsdienst. Fliegere oder Rettungsdienst? Nein, damit hat ich nicht viel geschossen. Also du bist schreckend in Not dazu da? Äh, ja. Okay, ich bin auch ernähren. Also, den gibt's auch. Jo. Fahren wir allein oder zusammen? Warte mal, warte mal, fährst du als NSF als Rettungsdienst? Ähm, ja, kann man schon. Das ist realistischer. Bist du schon weg? Nee, nee, ich bin grad in der Garage. Ist doch mal draußen. Jo, ich schnapp mir den hier. Mach das. EMS Einsatz, du kannst schon los. So Leute, wir hören uns am Einsatzort. So, wir sind da, haben nebenbei noch einen Screenshot machen müssen. Ich gebe denen auch schnell eine Info. Ja, mach das. Zack, okay. Aber ich glaube, wir müssen schmerzen, weil viele werden wahrscheinlich sterben, weil ähm, das sind eigentlich die Info, die extrem effizienten sind. Oh, okay. Deswegen gibt's wahrscheinlich nicht lange dauern, bis wir das Zeitpunkt haben. Nächster Einsatz. Wir müssen umdrehen. Ja, ich hab die Antwort richtig. Ja, okay. So Leute, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder am nächsten Einsatzort. Bis gleich. Keine Ahnung. Digger, was geht hier ab? Achso, okay. Dann ist für uns der Einsatz erledigt. Ich glaube, das dauert eh nicht lang, bis der Nächste reinkommt, wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht. Ähm, schau dir mal von letzten Minuten an, ähm, der Name. Das, ähm, das Monat. Julian Februar. Ich fühle mich da angesprochen. Achso, du heißt ja Julian. Ja, ich hab ein Abkommen mit dem Monster. Nee, hallo. Ich fass uns. Ähm, was soll das werden? Soll es mir Straßensperre kommen? Oh. Holy, holy, macrony. Sorry, ich hab grad auf'm Handy geschaut. Äh, warte ich dir. Ich glaub, ich hab wieder zur Wache zu mir. Jo. Digger. No. Der eine schreibt, ich brauche Geld. Digger, deine arme Tastatur drückst du komplett durch. Findest du? Oh mein Gott. Ja, du darfst uns doch gleich im Leben dahin, Alter. Das war der, der in diesen, all die Führer in diesen weisen, da der mich getötet hat. Ja, glaub ich dachte, du bist über Rot gefahren. Nee, nee. Viel kann Strafe haben. Ja, Strafe als Arbeiter ist echt nervig. Also wenn man arbeitet. Aber, aber theoretisch kann ich ja mit Blaulicht auch nicht. Ja. Trotzdem ist es noch nicht so realistisch. Im echten Leben kann man eigentlich Dings, ähm, wie heißt es nochmal? Kam, jo. Du kannst rückwärts. Äh, warte, ich nack mir eins. Ich nack mir zwei. Jo. Warte, sorry. Ich bin ein gelernte Autofahrer. Äh, noch nicht. Also, halbwegs einpacken kann ich schon. Ich fühl mir schnell in mein Dings ein. Ich muss kurz schauen, ob ich alles im Auto drin habe. Ey, warte, wann hast du überhaupt blonde Haare? Ich guck mal, ich guck mal auch, ob ich alles im Rettungsamt drin habe. Ich trage. Äh, Ich guck mal, ob alles Dings ist und sauber ist. Trage ist in Ordnung. Hast du gerade schon gesäubert? Ja, habe ich gerade. Ach so, okay. Ja, ich guck mal, ob Blaulicht und alles klappt. Licht geht. Sirene, Blaulicht geht. Rückwärtslicht, Bremslicht, Abblendlicht geht. Alles geht. Ah, warte, ihr vergessen, Blinker und Warnblinker. Blinker links oder rechts. Blinker rechts, Blinker links geht. Warnblinker. Geht auch. Okay, bei mir auch. Komm, Sommer, weil... Kann man da nicht schreiben? Nee. Warte, ich muss sagen, wenn man... Äh, Leute, schau, wenn man... Wenn man... meine... Stimme... nicht... hört. Da liegt sogar krass. Die gerade eine springt einfach runter. Leute, wir sehen uns beim Anschaffer. Bis gleich. Digga, das war aus Versehen. Digga, ist dein Körper aus Eisen oder was? Ich wollte abbremsen, Alter. Mach du einen Rest. Ach, ich wollte ihn gerade noch machen. Ja, ich erlaufe. nicht mehr. Komm, ich düse zurück schon. Ich düse... Digga. Jo. Ich nehme den Polizisten. Ja, wir müssen bald beenden. Ja. Weil man Speicher hält, ich nehme den Polizisten. aus. Hey, dieser Calvin hat er denn nicht davor vor dem Video gekillt. Ja, er hat mich eigentlich in der Karte war, aber ich habe mich gekillt. Okay, Kim, wir können weg. Dann gehe ich auch so. Ich gehe in die... Ich gehe zur Feuerwache. Ich muss doch das Video beenden. Ja. Hä, seit wann hat... da hat man... Da hat man... Äh, Digga, seit wann hat man Dings da? Äh, seit wann gibt es Taxis im Spiel? Ähm, du kannst Taxi tun lassen. Echt? Ja, vielleicht kann sie. Achso, ich glaube beim Busjob. Ja, müssen wir nachher schauen. Ja. Kim, wir müssen das Video beenden. Ja, komm, wir müssen schnell hochlaufen zum Video beenden. Ich refuel noch mal ganz schnell. Auch kurz nachfüllen müssen. Komm hier. so Leute, setz dich neben mir hin. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Ich habe noch Lynas. oben апtü R Abtü R